Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory. Heute gibt es den Teil 2 zu den Clone Wars Sets, zu allen Lego Star Wars The Clone Wars Sets, die es jemals gab. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, den verlinke ich hier direkt, dann guckst du dir den bitte zuerst an, denn da geht es los und jetzt geht es hier los mit dem Republic Attack Shuttle aus 2010. Ein kleiner Polybag, den es bei uns auch nie in Deutschland so wirklich gab. Versuch mal alle diese Polybags zu sammeln, dann hast du eine Challenge, weil die musst du wahrscheinlich alle irgendwie importieren oder nachbauen und so weiter. Und dann kommen wir zu dem wohl sinnlosesten Lego Star Wars Set aller Zeiten. Wir haben hier Cat Banes Speeder und zwar ist es der Speeder, mit dem Cat Bane Zero den Hutten aus dem Coruscant Police Gefängnis halt befreit. Der Witz an der ganzen Sache ist halt, dass es Zero der Hut ist und dieser Hut halt so in komplett lila ist. Der ist aber hier nicht mit dabei, das heißt dieses Set ist eigentlich so gut wie sinnlos. Wir haben hier nochmal ein paar Senatskommandowachen dabei gehabt. Damals war es dann so, die eine Wache war nicht exklusiv, die gab es auch schon in dem großen Venator Cruiser 8038. Genau, und der andere war dann wieder exklusiv, weil er dann halt so eine Kommandobedruckung auf der Brust hatte und auf dem Helm. Außerdem war hier noch Turc Falso, nee, Shaman Alar Ma mit dabei, denn er war auch noch exklusiv hier als Pirat nochmal in dem Set. Aber der Cat Bane, der hier mit dabei ist und der Senatkommandodroide, die waren beide nicht exklusiv. Cat Bane ist auch schon in einem Klonturbo-Tank rausgekommen, den wir uns gleich noch genauer angucken. Und dann ist da halt noch so ein oller Speeder mit dabei, mit dem man eigentlich überhaupt auch nichts machen kann. Ich weiß, ich glaube, der hat nicht mal Stud-Shooter. Ach nee, der hat solche Flick-Missiles. Gut, kannst du nicht wirklich was mit anfangen, finde ich irgendwie schwachsinnig, sowas zu machen. Aber es war damals auch ein Exklusiv-Set, das heißt, es gab es nur bei Lego bei uns. Dann ein fantastisches Set, und zwar der Klonturbo-Tank 8098. Dazu gab es auch zwei Varianten zu Episode 3. Da habe ich auch schon eine Brick-Story zu gemacht. Falls sich alle Sets zu Episode 3 interessieren, das verlinke ich dir hier direkt auch. Diesmal ist es halt die Clone Wars-Variante. Das bedeutet einmal, dass wir hier die Clone Wars-Minifiguren mit dabei haben. Die haben halt dann wieder diese gezeichneten Augen sozusagen. Anakin Skywalker, Ahsoka, Isla Secura. Die war damals neu in diesem Set, auch mit ihrem neuen Haarteil. Gefällt mir richtig gut. Genauso wie dann hier Cat Bane und nochmal zwei Klon-Soldaten, die hier mit dabei sind. Und halt nochmal dieser riesige Klonturbo-Tank. Ich habe den damals zum Geburtstag bekommen. Das war echt ein schöner Moment. Auf jeden Fall könnt ihr hier zum Beispiel diesen AT-RT-Walker und diese Kommandozentrale hier reinschieben. Da, wo eigentlich die Truppen stehen. Ihr könnt da auch natürlich Truppen reinstellen. Und vorne und hinten sind nochmal Plätze, wo ihr Leute hinsetzen könnt und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen wackelig, aber er hat zum Beispiel auch eine Federung. Das finde ich eigentlich ganz nett. Zum Spielen ein sehr, sehr schönes Set. Anschließend wieder ein Set. Ah, das tat mir schon ein bisschen weh. Der General Grievous Starfighter aus 2010. Ist damals für 50 Euro erschienen und 454 Teilen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber eigentlich kann man mit diesem General Grievous Starfighter auch nichts machen. Und ich hatte damals mir diese Genosianer-Kanone gewünscht. Nur die gab es nicht in einem normalen Spielwarengeschäft. Das heißt, die Leute, die ich das gesagt habe und die dann losgegangen sind, um diese Kanone zu kaufen, die haben die Kanone natürlich nicht gefunden und haben dann diesen Starfighter von General Grievous genommen, den ich auf gar keinen Fall haben wollte, weil man da halt nichts drin hat, außer diesen olden Starfighter. Nun ja, dann hatte ich ihn doch. Und dann hatte ich Nadar Webb. Das ist eigentlich eine ganz coole Minifigur. Der hat zum Beispiel den gleichen Kopf wie Admiral Agbar. Er ist ja natürlich auch so ein Kalamari. Deshalb macht das auch Sinn. Dann hatten wir nochmal General Grievous mit dabei. Das war damals das Besondere an diesem Set. General Grievous war in der Variante komplett neu für Clone Wars gemacht worden. Und gut, wenn man vorher nur diese Variante aus dem dritten Teil gekannt hat, wie gesagt, guckt euch die Brick Story zum Teil 3 an, dann ist diese Minifigur, die hier dabei ist, schon echt sehr, sehr, sehr gut. Und die Variante, wie er hier jetzt ist, ist ja nur in einer anderen Farbe heute immer noch präsent. Von daher, die Minifigur ist schon echt eine sehr, sehr coole Minifigur. Und er hat natürlich auch nochmal seine vier Lichtschwetter mit dabei gehabt. Und diesen riesen Starfighter. Gut, der sah auf jeden Fall besser aus als der zu Episode 3. Außerdem gab es noch in 2010 den Jedi Starfighter von Plokon. Damals dann für 30 Euro erschienen. Ihr wisst, der letzte Starfighter hat 40 Euro gekostet und war fast genauso groß. Und hier haben wir einmal Plokon mit dabei. Wie gesagt, das ist immer eine schöne, sehr schöne Minifigur. Den gab es vorher nur in dem Republic Gunship. Und jetzt nochmal, hier ist er dann nochmal rausgekommen. Genauso wie dann den Astromec R7D4. Schön in braun, auch mal was Neues. Und dann halt nochmal sein Jedi Starfighter. Dort konntet ihr dann auch zum Beispiel eine Funktion betätigen unter dem Cockpit von Plokon, mit dem er dann aus seinem Cockpit rausgeflogen ist. Er hatte sozusagen so einen Schleudersitz. Macht auch Sinn, denn Plokon hat ja so eine Maske auf. Und das ist quasi auch eine Atemmaske, mit der er dann im Weltraum überleben kann. Als Gegner für Plokon hatten wir dann auch noch den Droid Tri-Fighter mal wieder. Hier dann mit drei Rocket-Droiden mit dabei. Das heißt, die hatten eine neue Farbe. Und die hatten auch ein umgedrehtes Fernglas auf dem Rücken, was dann als Jetpack für die Rocket-Droiden gedient hat. Der Droid Tri-Fighter finde ich sieht ein bisschen besser aus, als der aus Episode 3. Aber trotzdem, für 26,99 Euro damals erschienen, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ihr müsst auch bedenken, einer der Rocket-Droiden hatte auch einen gelben Punkt auf dem Kopf und auf der Brust. Das heißt, er war sozusagen ein Commander. Diese Minifigur war damals auch neu, aber die Rocket-Droiden sind auch schon mal vorher erschienen. Zu dem Set kommen wir gleich auch noch. Außerdem basierte noch auf dieser Schnee-Episode ein Set, und zwar der Freco Speeder. Da hatten wir dann einmal Anakin Skywalker und einen T-Cen mit dabei. Tatsächlich sind beide diese Minifiguren exklusiv nur in diesem Set erhältlich. Und ich finde den T-Cen auch eigentlich gar keine schlechte Minifigur. Das, was ihr hier seht, das ist ein einzelnes Teil, was ihr dann halt aus der Verpackung holt. Außerdem hier nochmal Anakin Skywalker mit seiner Kapuze dann auf und halt dieser Jedi-Kapuze. Finde ich auch eine ganz nette Minifigur. Wie gesagt, die gibt es beide nur in diesem Set. Und wir haben hier auch nochmal den Freco Speeder mit dabei. Okay, gut, ob man den jetzt unbedingt braucht, weil er jetzt nur in einer Episode vorkommt, weiß ich nicht. Und man hat auch eigentlich keinen Gegner, gegen den man so wirklich kämpfen kann. Von daher ist es auch hier wieder so ein etwas sinnloses Set. Außerdem gab es noch einmal den Klon Walker. Super cooles Polybag. Einmal Nune Walker und nochmal einen Klonsoldaten dabei. Einen ganz normalen weißen Clone Trooper. Von denen gibt es ja sowieso viel zu wenige heutzutage. Schade, schade. Ein so schönes Polybag. Genauso wie Battle Droid on Stab. Da haben wir dann einfach einen Battle Droid, der auf so einem Stab-Speeder sitzt. Den gibt es ja auch zum Beispiel in anderen Sets wie die Mace Windows Jedi Starfighter, den wir uns in der letzten Folge angeguckt haben. Außerdem das Republic Gunship. So ein kleines Mini-Build. Damals ist es noch unter der Brickmaster-Linie erschienen. Das war halt so eine spezielle Promo. Genauso wie der ATT-E Walker hier. Das war auch gar nicht so schlecht gelungen für ein Mini-Build-Set. Gleiches gilt für den Republic Attack Cruiser, auch aus 2009. Da sind wir nämlich jetzt angekommen. Wir haben auch das erste Set aus 2009. Die absolute Legende. Manche sagen, es ist das beste Lego Star Wars The Clone Wars Set. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Republic Dropship with AT-OT Walker. Ihr habt hier ein riesiges Republic Gunship mit dabei, das einfach einen Walker durch die Gegend tragen kann. Wie krass ist das denn? Ihr nehmt dieses Gunship, genauso wie ihr das andere Gunship, das normale Gunship nehmt. Ihr fliegt auf euren Walker zu, fliegt da einmal drauf und dann tragt ihr den Walker durch die Gegend. Also allein das ist ja schon wohl der Hammer. Das Ding geht heute so, also neu, mindestens, mindestens 600 Euro. Damals waren es nur 250 Euro. Es ist mit 1758 Teilen erschienen. Ich habe auch schon ein Detailvideo gemacht, wo ich alle Funktionen genauer vorgestellt habe. Außerdem war es nochmal ganz nett, dass hier sechs Klonsoldaten mit dabei waren und nochmal zwei Klonpiloten. Ein traumhaftes Set. Auch damals ein Exklusivset, natürlich. Noch ein schönes Set ist der Venator Class Republic Attack Cruiser. Das war einfach nur der Sternenzerstörer der Republik sozusagen. Wir haben hier dann einmal Kanzler Palpatine mit dabei mit zwei Senatskommandowachen. Das war das erste Set, in dem die Senatskommandowachen aufgetaucht sind. Das war natürlich ein Exklusivset bei uns in Deutschland. Deshalb waren die Figuren schon echt sehr, sehr selten. Außerdem haben wir nochmal einen Klon-Gunner und einen Klon-Piloten mit dabei. Die sind natürlich so semi-selten. Und das Besondere hier an Kanzler Palpatine ist auch noch, dass er die Todessternpläne in der Hand hält. Das heißt, die Pläne, die zum Beispiel Poggle, der Geringere, auf Coruscant übergibt, die sind wohl irgendwie auf diesem Sternenzerstörer gelandet. Sehr, sehr cool. Der Sternenzerstörer an sich ist auch ganz cool. Man kann zum Beispiel vorne aufmachen, dann hat man dann das Büro von Kanzler Palpatine mit drin. Man hat viele kleine Kanonen an den Seiten und so weiter. Man kann es auch ganz praktisch durch die Gegend tragen. Ich finde aber, so wie das Schiff gestaltet ist, ist es noch nicht ganz so gut wie die Sternenzerstörer, die es von Lego Star Wars gab, also zu den vorherigen Episoden. Wenn ihr es einmal in der Hand gehalten habt, dann wisst ihr, was ich meine. Es fällt halt manchmal leicht auseinander. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Set. Außerdem gab es noch den Y-Wing Starfighter in der Clone Wars Variante. Dort hatten wir dann Sokatano, Anakin Skywalker und R2-D2 mit dabei. Das hat damals dann 60 Euro gekostet. Ich muss sagen, der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ihr seht, das ist eigentlich ein ganz normaler X-Wing, außer dass er jetzt halt geschlossen ist. Also normalerweise ist er auf den Rebellen-X-Wings, da sind ja überall so, da hängen Teile raus und so weiter. Und hier ist es halt alles mit so einer Art Hülle übergedeckt. Und ja, das ist halt die schöne Republik-Variante des Y-Starfighters. Trotzdem würde ich dafür jetzt nicht 60 Euro raushauen. Für die Separatisten zum Herumfliegen gab es noch das Separatist Shuttle, die 8036. Dort hatten wir dann einmal Newt Gunray mit dabei. Das war damals eine komplett neue Minifigur, die ist aber auch noch einmal im Adventskalender erschienen, weshalb sie nicht ganz so teuer ist. Außerdem dann nochmal ein paar Battle-Droiden, ein Piloten und der Senator Onakan D'Afar. Die sind hier mit diesem Shuttle immer durch die Gegend geflogen, eigentlich fast in jeder Clone Wars-Folge. Von daher ein eigentlich gar nicht so schlechtes Set. Ich glaube, 35 Euro hat es damals gekostet, 259 Teile mit dabei. War halt ganz nett, wenn man irgendwie so eine Schlacht gebaut hat, dann konnte man die Leute damit durch die Gegend fliegen lassen. Und nochmal ein kleiner Polybag, der Starfighter von General Grievous. Der gab es auch hier bei uns in Deutschland nicht. Und dann sind wir wieder bei den schöneren Sets, zum Beispiel den Republic Attack Shuttle. Hier hatten wir dann Mace Windu mit dabei. Das war dann halt die erste Variante von Mace Windu, die so in dieser Clone Wars Edition war. Und halt diese Republic Shuttle, da waren dann nochmal ein Klon Trooper und ein Klon Pilot drin. Das war eigentlich so ein Transportschiff für die Republik, wo halt mehrere Klontruppen dann hinten nochmal drin sitzen konnten. Außerdem hast du oben noch einmal so diese Flickfire Missiles gehabt, die du dann einen nach dem anderen abschießen konntest. Auch nochmal eine ganz nette Funktion. Ich glaube, es war auch mit so einem Gummiband dann. Ja, finde ich eigentlich ein ganz nettes Set. Hat damals aber auch 60 Euro gekostet. Und dann ein Klassiker, der Amort Assault Tank AAT. Den kennt ihr ja schon von der Schlacht um Naboo. Hier haben wir dann insgesamt 407 Teile mit dabei. Einen UVP von 50 Euro und außerdem sieben Minifiguren. Drei Superkampfdroiden, nochmal zwei Battledroiden und ein Klon Trooper mit Yoda. Ein sehr, sehr schönes Set. Ist vielleicht sogar mein Lieblings AAT, den es überhaupt gibt. Er ist halt so ein bisschen blau gehalten. Das gab es jetzt vorher noch nicht so oft. Das ist halt die Klonwars-Variante. Und ihr habt da noch ein paar Sticker drauf. Gut, das ist halt in Ordnung. Muss da mit dabei. Aber es ist so schön simpel. Man hat einfach nur einen Panzer. Dann hat man noch ein paar Droiden mit dabei. Man hat noch einen Klonsoldaten mit dabei. Gut, hier ist jetzt Yoda mit dabei. Aber den kann man bestimmt mit irgendeinem anderen dann halt gegen diesen Klon Trooper tauschen. So muss das sein. Finde ich, finde ich schön. Und dann ein Set, was wohl komplett abgestürzt ist. Zumindest vom Wert her. Der Hyena-Droid-Bomber. Hier haben wir dann wieder drei Rocket-Droiden mit dabei. Hier dann ohne Commander. Und halt nochmal so ein XXL-Vulture-Droid. Und das Set hat damals sagenhafte 26,99 Euro gekostet. Unglaublich. 232 Teile mit dabei. Autsch. Ja, das braucht man eigentlich nicht. Okay, er kann ein paar Bomben abfeuern. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Ja. Muss man nicht erklären, warum es so ein Set gibt. Und jetzt die beiden legendären Battle-Packs. Einmal das Assassin-Droid-Battle-Pack. Das war nicht ganz so legendär. Aber fünf Minifiguren mit dabei. Assassin-Droid. Die silbernen Assassin-Droid. Jetzt gibt es zum Beispiel nur in diesem Set und außerdem nochmal die 8014-Klon-Walker-Battle-Pack. Ich glaube, es ist ohne Diskussion das beste Battle-Pack aller Zeiten. Ich meine, ihr habt einen Klon-Gunner mit dabei und nochmal drei ganz normale Klon-Soldaten. Was will man da mehr? Auch nochmal so eine Commander-Ausrüstung, dass ihr den einen Klon nochmal umbauen könnt. Ihr könnt natürlich den einen Klon auch ganz normal benutzen. Schön. Hätte ich mir damals gerne mehr von gekauft. Für 15 Euro gab es die damals. Und falls euch alle Battle-Packs noch näher interessieren, ich habe auch schon mal ein Video gemacht, in dem ich jedes Lego Star Wars Battle-Pack vorgestellt habe, das es jemals gab. Außerdem in 2009 gab es noch den Pirate Tank. Ob man den jetzt wirklich braucht, ist wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall ist hier die einzige Version von Hondo Onaka dabei. Genauso wie Turk Falso. Das sind einfach zwei Piraten und nochmal eine Obi-Wan-Kenobi-Figur. Obi-Wan-Kenobi hier in seiner weißen Jedi-Rüstung. Den gab es auch schon in vielen anderen Sets. Bei uns war das so ein bisschen so ein Exklusiv-Set. Ist für 40 Euro tatsächlich erschienen. Und ist halt so ein Piraten-Panzer. Der kommt auch in ein paar Episoden mal ganz kurz vor. Aber immerhin noch so eine kleine Ergänzung. Bei mir ist es immer so, wenn ich nach Lego-Piraten-Sets suche, dann kommt immer dieser Pirate Tank dabei bei den Angeboten mit dabei. Das ist auch ganz lustig. Und hier sind wir dann nochmal im Jahr 2009 mit dem Count Dooku Solar Sailor. Das ist die einzige Variante dieses Solarseglas tatsächlich. Die 7752. Damals war es die einzige Möglichkeit, um an Count Dooku dran zu kommen. Und das Set hat auch gekostet 60 Euro tatsächlich. Tatsächlich war auch bei uns ein Exklusiv-Set. Und wir hatten hier zwei Magma-Gards dabei. Wir hatten hier nochmal einen FA-4-Pilotendroiden mit dabei, der exklusiv in diesem Set war. Die Magma-Droiden, ach Magma-Gards waren nicht exklusiv. Aber die Count Dooku-Minifigur, wie gesagt. Und es war irgendwie so ein limitiertes Set, was auch immer. Trotzdem ist es jetzt nicht wirklich im Wert gestiegen. Weil die Count Dooku-Minifigur nochmal in der Malevolence rausgekommen ist. Die hatten wir ja schon in der letzten Folge. Und dieser Solarsegler ist eigentlich auch ganz nett. Und leider ist hier dieses Segel halt nicht mit dabei. Vorne an diesen Spitzen, die ihr da seht, da kann man, das ist eigentlich ein Segel, mit dem man dann halt segelt. Wie der Solarsegler halt sagt. Und das ist halt in diesem Set nicht enthalten. Deshalb ist es eigentlich auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber, ja, was soll man da machen? Es gibt auch noch den Ahsokas Starfighter mit dem Vulture-Droiden. Jetzt ein gar nicht so unwertvolles Set. Also eigentlich sehr, sehr wertvoll. Wir haben hier Ahsoka mit dabei und nochmal ihren Starfighter. Genauso wie R7, A7. Und das Ding war auch bei uns nur sehr, sehr kurz erhältlich. Und daraus resultiert dann halt wohl, dass es heute so sehr, sehr selten ist. Genauso gab es dann noch den Corporate Allianz Tank Droid mit zwei Battledroiden, mit zwei Klonsoldaten. Die Klonsoldaten hatten hier nochmal ein weißes Jetpack mit dabei. Das war nochmal ein bisschen besonders an diesem Set. Und es gab nochmal ein Mini-Bild von dem Klon-Turbo-Tank. Sieht auch sehr, sehr gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Genauso wie den V19 Torrid. Auch ein Mini-Bild. Und dann sind wir im legendären Jahr 2008. Das erste Jahr für die Clone Wars Serie. Und zwar mit dem Separatist Spider-Droid. Da war halt so ein Spinnendroide. Der war ganz nett. Und wir hatten hier auch nochmal Commander Fox mit dabei. Das war halt die exklusive Minifigur in diesem Set. Die ist auch bis heute tatsächlich exklusiv nur in diesem Set erhältlich. Außerdem die Twilight. Die kommt manchmal so als Schiff von Anakin und Ahsoka in den Serien oder in den Folgen drin vor. Hat damals tatsächlich 100 Euro gekostet. 882 Teile, vier Minifiguren. Hier war nochmal Rota, der Hood, mit dabei. Das ist halt das Baby von Jabba, dem Hutten. Und darum geht es halt in diesem ersten Clone Wars Film. Es gab eine Serie und es gab auch einen kurzen Film, der dazu erschienen ist. Und diese Twilight ist halt einfach so eine Art Schrottmühle, wird sie immer bezeichnet. Mit der man halt durch die Gegend fliegen kann. Ich finde, sie sieht hier auch aus Lego so aus. Sieht ein bisschen mysteriös aus. Ich würde sie gerne mal bauen, um mir dann ein eigenes Bild darüber zu machen. Mal schauen, ob ich da nochmal irgendwann die Möglichkeit so habe. Und nochmal der Republic Fighter Tank. Der war bei uns auch nicht überall verfügbar. Da waren auch nur zwei ganz normale Clone Trooper mit dabei. Und dann halt dieser Fighter Tank. Der kommt, glaube ich, auch nicht so wirklich in der Serie vor. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Und nochmal die allererste Variante des Droid Gunships aus 2008. Hier sind dann nochmal drei Battledoiden mit dabei und dieses Droiden Gunship. Das Besondere an den Battledoiden hier, die sind alle exklusiv von diesem Set. In Anführungsstrichen. Ihr seht hier, die haben jetzt nicht zwei verschiedene Arme, sondern die haben zwei Arme und zwei von diesen Blaster-Armen. Das heißt, die könnten theoretisch zwei Blaster in beide Hände nehmen. Das ist ganz lustig. Der eine Droide hat noch zwei Pilotenarme. Der gehört aber eigentlich ins Cockpit. Und man kann halt mit diesem Ding nochmal ein paar Bomben abfeuern. In Ordnung, in Ordnung, wer es braucht. So, und jetzt mein absolutes Star Wars The Clone Wars Lieblingsset. Das Republic Attack Gunship. Für 230 Euro damals erschienen, 1034 Teile, sieben Minifiguren. Einfach ein schönes Set. Ich wollte damals immer ein Gunship haben. Ich wollte immer irgendwas haben, wo ich meine Klonsoldaten reinstellen kann und damit dann durch die Gegend fliegen kann. Leider war es immer ein bisschen teuer. Und das Coole an diesem Set war halt auch nochmal, dass hier Commander Cody noch mit dabei war. Und nochmal Assange Ventress. Und auch die erste Version von Plokon ist hier damals mit dabei gewesen. Es war kein exklusives Set. Es war ganz normal im Katalog erhältlich. Aber es ist irgendwie einfach ein schönes Set. Es ist einfach ein gelungenes Set an sich. Das gleiche gilt halt auch für dieses RT-OT-Schiff. Und ich kann es nicht beschreiben warum, aber es ist eins meiner absoluten Traumsets. Jetzt die 7675 der RT-TE Walker. Wir haben hier Ahsoka Tano mit dabei. Wir haben hier Anakin Skywalker mit dabei. Dann hatten wir auch nochmal Rota mit dabei. Wie gesagt, der ist auch noch in der Twilight drin gewesen. Und Captain Rex. Das war damals die einzige Version, um am Captain Rex ranzukommen. Also Cody war im Gunship und Rex war hier im RT-TE Walker. Und meinen ganz normalen Klonsoldaten und den Stabspeeder hier mit dabei. Vorne natürlich mit einem Aufkleber. Und der RT-TE ist auch einfach riesengroß. Gut, er ist nicht ganz so detailliert wie die Variante zum zweiten Teil von Star Wars. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, falls sich das genauer interessiert. Aber er ist einfach schön groß. Und vor allem, man kann das auch mit dem Dropship kombinieren. Das heißt, anstatt des RT-OT Walkers kann man auch einfach den RT-TE Walker, wenn man eine kleine Modifikation vornimmt, mit dem Dropship aufnehmen. Das ist auch eine coole Funktion, die man hier nochmal mit eingebaut hat. Dann der V19 Torrent. Das ist dann auch wieder so ein Starfighter gewesen. Es war ein Klonpilot da mit dabei und 471 Teile. Aber auch wieder 60 Euro UVP. Die einzige Funktion, die ich ganz nett finde, ist, dass wenn man landet, dann kann man unten diesen großen Flügel runterklappen. Also nach oben klappen. Und dann klappen sich die anderen beiden Flügel auch zusammen. Das heißt, der geht dann automatisch in den Landemodus und man kann den irgendwo schön abstellen. Das kennt man halt aus der Serie und das wurde hier auch eigentlich ganz schön umgesetzt. Deshalb finde ich es in Ordnung, dass das Set existiert. Aber ansonsten, ja. Dann bei diesem Set finde ich es sinnlos, dass es existiert. Und zwar das Magma Guard Starfighter Schiff. Hier waren dann einfach zwei Magma Guards dabei. Und dieses Magma Guard Schiff, was irgendwie ein paar Sekunden in der Serie drin vorgekommen ist. Aua. Das braucht man irgendwie auch nicht wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass man damit spielen möchte. Also ich zumindest wollte das früher nie haben, auch obwohl da diese beiden exklusiven Magma Guards drin waren. Und die Magma Guards, gut, die sind ziemlich, ziemlich cool. Aber die kann man zum Beispiel auch an dem Solar Sailor kaufen. Und dann würde ich mir eher den Solar Sailor holen und dann noch Count Dooku mit dazu. Und den Pilotendroiden hat man mehr als von diesem Magma Guard Starfighter. Hier noch ein spannendes Set. Der Hellfire Droid und Spider Droid. Da war einmal dann dieser Hellfire Droid mit dabei. Und der kleine Spider Droid und nochmal ein paar kleine Droiden. Das Nette an diesem Set war, das ist einmal in der Clone Wars Variante erschienen. Und das ist auch einmal in der Variante zu Episode 2 erschienen. Und es gab es auch nochmal immer auf exklusiv auf der Comic Con. Interessantes Wissen hier über dieses Set. Und jetzt kommen wir zum aller, aller, allerersten The Clone Wars Set. Das war Anakin's Jedi Starfighter. Anakin's Jedi Starfighter mit Anakin Skywalker halt selbst. Und einem R2-D2-Axtromech Droiden. Und nochmal ein paar Raketen, die ja, das war das erste Jahr mit diesen Flick Fire Missiles, die da unten drunter waren. Ist damals dann für 20 Euro erschienen. Gar kein schlechtes Set. Aber, ja, es war halt einfach das erste Set von Star Wars The Clone Wars. Ist glaube ich sogar noch eine Welle vor Star Wars The Clone Wars erschienen. Mit nochmal ein paar Episode 3 Sets. So. Das waren alle Star Wars The Clone Wars Sets. Ich verlinke euch ja jetzt hier noch alle Sets zu den anderen Episoden. Da habe ich eine ganze Playlist gemacht. Und auch schon den ersten Teil von Clone Wars zum Beispiel. Falls ihr noch nicht gesehen habt, guck ihn dir gerne an. Ich wünsche noch ganz viel Spaß dabei. Und bis dahin. Ciao.